. Tschüss! Dein Notruf, Kühner. Ich bin in deinem Kofferraum gefangen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bin ein Führerfurt. Es ist extrem wichtig, dass du so lange wie möglich in der Leitung bleibst und versuchst uns einen genauen Standort durchzugeben. Alles wird wieder gut. Sag mir, was Sache ist. Oder hast du Angst, mich einen Tag zu versauen? Ich kann meine Beine nicht bewegen. Warum bin ich hier eingesperrt? Hattest du das noch was? Die haben mich ausgesucht, weil ich seine Tochter bin. Vielleicht haben die jemanden beauftragt, die ist der Miestenschweine. Wir müssen denen glauben. Wir haben keine andere Chance. Weißt du, wo die Waffe ist? Wir müssen nicht. Versuch, um alles zu achten, was uns sagen könnte, wo du dich befinden kannst. Ein letztiges Wort an die Polizei. Um 4.30 Uhr haben die mich keine Ahnung. Ich will nicht sterben. Ich habe ihn. Wir haben angehalten. ARD Text im Auftrag von Funk